Hautireif ist eine politische Gemeinde im Bezirk Neunburg des Kantons Neunburg in der Schweiz. Der frühere deutsche Name Altenreef wird heute nicht mehr verwendet. Nach der Fusion der früheren Freiburger Gemeinden E.K. Willens und Posier zu Hautireif wurde die gleichnamige Neunburgische Gemeinde im Jahre 2001 offiziell in Hautireif umbenannt. Geografie Hautireif liegt auf 501 m Ü.M. 4 km nordöstlich der Kantonshauptstadt Neunburg. Das Dorf erstreckt sich auf einer Geländeterrasse am unteren Südhang des Schaumont. An aussichtsreicher Lage rund 70 m über dem Ufer des Neunburger Sees. Die Fläche des 2,1 km² großen Gemeindegebiets umfasst einen Abschnitt des steilen Südhangs des Schaumont. Der Gemeindeboden erstreckt sich vom Seeufer über das bebaute und zum Teil mit Reben bestandene Gebiet den bewaldeten Jura Südhang hinauf bis an den Rand der Höhe des Schaumont. Hier wird mit 1.060 m Ü.M. der höchste Punkt von Hautireif erreicht. Von der Gemeindefläche entfielen 1997 26% auf Siedlungen, 59% auf Wald und Gehölze, 14% auf Landwirtschaft und etwas weniger als 1% war unproduktives Land. Zu Hautireif gehören die Siedlung Schämpriweiers, 440 m Ü.M. entlang der Hauptstraße nahe dem Seeufer. Nachbargemeinden von Hautireif sind Neunburg und Saint-Pleys. Geologie Nach Hautireif ist die geologische Zeit-Epochen-Hautirevium in der unteren Kreide benannt. Die leicht abbaubare, feinstrukturierte Gesteinsschicht war bereits bei den Römern bekannt und wurde für den Bau von Aventicum verwendet. In der Altstadt von Neunburg müssen alle Gebäude mit diesem Stein verkleidet sein. Bevölkerung Mit 2.560 Einwohnern gehört Hautireif zu den größeren Gemeinden des Kantons Neunburg. Von den Bewohnern sind 82,5% französischsprachig, 6,2% deutschsprachig und 3,5% italienischsprachig. Vor allem während der 1960er Jahre wurden deutliche Bevölkerungszuwachsraten registriert. Wirtschaft Hautireif war früher hauptsächlich ein Windsor-Dorf. Im Laufe des 20. Jahrhunderts hat es sich zur Wohngemeinde entwickelt. Heute ist das bebaute Gebiet von Hautireif mit demjenigen der Nachbargemeinden Neunburg und Saint-Pleys zusammengewachsen. An den optimal zur Sonne exponierten Hängen am Nordufer des Neuenburger Sees wird Rehbau betrieben. Verkehr Die Gemeinde ist verkehrsmäßig gut erschlossen. Sie liegt an der Hauptstraße 5 von Biel nach Neunburg und an der Autobahn A5. Am 7. November 1859 wurde die Eisenbahnstrecke von Neunburg nach Lee-Land-Eron mit einem Bahnhof in Saint-Pleys eröffnet. Dessen westlicher Teil auf dem Gemeindegebiet von Hautireif liegt. Daneben wird Hautireif durch die Verkehrsgesellschaft Transportsoncoming den Neuchateli in Virons bedient. Dies erfolgt durch die Linie 7 des Trollebus Neunburg-Geschichte. An den Ufern des Neuenburger Sees wurden Siedlungsspuren aus dem Jungpaleolitikum, Neolitikum und der Bronzezeit gefunden. Während der Römerzeit verlief die teils gepflasterte Straße Vy-Detra durch das Gemeindegebiet. Die erste schriftliche Erwähnung des Dorfes unter dem Namen Altaripa datiert auf das Jahr 1143, als die Abtei von Ten Andre gegründet wurde. Die Mönche pflegten den Weinbau und unterhielten eine Weinpresse. Hautireif gehörte zur Grafschaft Neunburg. Seit 1648 war Neunburg Fürstentum und ab 1707 durch Personalunion mit dem Königreich Preußen verbunden. 1806 wurde das Gebiet an Napoleon I. abgetreten und kam 1815 im Zuge des Wiener Kongresses an die schweizerische Eidgenossenschaft. Wobei die Könige von Preußen bis zum Neuenburger Handel 1857 auch Fürsten von Neuenburg blieben. Zum Gedenken an Mauritius E. Bawaut wurde 2011 eine Stiele in Hautireif errichtet. Bawaut hatte vor dem Zweiten Weltkrieg versucht Adolf Hitler in München zu erschießen. Er wurde aber verhaftet, gefoltert und 1941 enthauptet. Sehenswürdigkeiten Am Dorfplatz steht das im Kern aus dem 15. Jahrhundert stammende dreigeschossige ehemalige Schulhaus mit Arkaden. Im Ortskern gibt es weitere alte Patrizierhäuser, darunter das Hausgott von 1577 und das im 17. Jahrhundert erbaute Haus Klotu. Bekannt ist auch die Galerie 2016, wo Werke zeitgenössische Künstler gezeigt werden. Direkt am See liegen der Archäologische Park und das kantonale Museum Latennium. Persönlichkeiten Maurits E. Bawaut, Attentatsversuch gegen Hitler Jan Richter, Politiker, Parteipräsident und Nationalrat